So Freunde, es geht weiter mit einer neuen Folge von Was ist das? Es ist lange her, aber ihr habt heute mal wieder die Möglichkeit zu erraten, was das für ein Bild bzw. was es überhaupt im Hintergrund ist. Da freue ich mich auf eure Antworten. Sehr, sehr kurze Folge heute. Viel Spaß beim Raten. Beim nächsten Mal geht es weiter, falls es keiner rät. Also schön fleißig in den Kommentaren raten. Bis zum nächsten Mal bei Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Video ist hier rechts an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön Freunde.